Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kluger Rat, Notvorrat. Überall gehört und liest man jetzt von dieser Informationskampagne. Aber auch ohne Notsituation hat ein Lebensmittelvorrat zu Hause handfeste Vorteile. Sie sind freier und können dann einkaufen, wenn die Preise am günstigsten sind. Und bei Coop können Sie darauf zählen. Jede Woche und speziell jedes Wochenende gibt es bei Coop den beliebten Coop-Hit-Angebot. Das sind nicht einfach irgendwelche Produkte, sondern alles Artikel, die Sie täglich nötig haben. Gerade dieses Wochenende gibt es bei Coop Gala-Frischeier-Teigware zu unglaublich günstigen Preisen. Aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. Da lohnt sich ein Vorrat doppelt. Und noch etwas Wichtiges für den Vorrat. Coop sorgt dafür, dass Sie die Produkte zu Hause problemlos aufbewahren können. Achtet Sie einfach auf das Coop-Infozeichen. Das steht genau darauf, wie lange Sie die Produkte im Vorrat haben können. Sie sehen, bei Coop sind Sie gut informiert. Ja, und unser nächstes Thema sind die Blumen. Prächtig, die Blumenlandschaft. Ja, und eine solche Farbe könnte Ihre Garten im nächsten Frühling auch aussehen, wenn Sie jetzt daran denken und Blumenzwiebeln setzen. Coop hat für Sie ein reichhaltiges Angebot von qualitativ hochwertigen Blumenzwiebeln. Unter der Vertrauensmarken Colaflore. Da hat es viele Sorten Tulpen. Hyazinthen in vielen Varianten. Dann natürlich Narzissen. Aber auch Schneeglöckli und Krokus und so weiter. Besonders günstig bei Coop ist jetzt das Angebot. 30 Blumenzwiebeln für prächtige Darwin-Tulpen in Rot, Gel oder gemischt zum Coop-Hit-Aktionspreis. Auch bei den Blumenzwiebeln gibt Ihnen Coop wertvolle Informationen. Da sehen Sie sofort, wann die Blütezeit ist oder wie hoch die Blumen wachsen. Und auf der Rückseite ist genau beschrieben, wie man die Blumenzwiebeln am besten setzen tut. Coop sorgt eben nicht bloß für die Qualität der Produkte, sondern auch für Konsumenteninformationen. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Jetzt gibt es bei Coop besonders günstig Bettwäsche in verschiedenen Farben und Essens und Fixlin-Tücher aus Frotte-Stretch für nur 25 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es ein Liter Himbeerensirup für nur 2 Franken 90. 100 Gramm Cambly-Biscuit Mignon Citron statt 1,90 nur 1,40. 250 Gramm Spiessquark statt 80 nur 60 Krapen und 150 Gramm Rahmquark statt 1 Franken nur 80 Krapen. 1 Kilogramm ausländische Poulet, tiefgekühlt, Pfannenfertig, kostet nur 3 Franken 60. Und nur morgen, über morgen und am Samstag gibt es als Notvorratwochenend-Hit die Gala-Frisch-Eier-Teigwaren im 500-Gramm-Beutel für nur 1 Franken. Und als aktueller Preisschlager Papiernas-Tücher Ronda mit Menthol 2.10 Franken und ohne Menthol nur 1,95. Auf Wiedersehen. Take care.